...oder ein dringender Kriegsrat einberufen. Eure Anwesenheit in Burg Sturmwind ist erwünscht. Möge das Licht mit euch sein. Wenn die Horde sich mit den Sandalari verbündet, wir sind vollzählig. Euer Bericht, Spionagemeister. Kürzlich ist die Horde ins Verlies eingedrungen und hat zwei Sandalari-Gefangene befreit. Eine Prinzessin und einen Propheten. Ich bin im Bilde. Gibt es Nachricht von den acht Verfolgerschiffen? Nur eins ist zurückgekehrt. Die Überlebenden haben von seltsamer, schrecklicher Magie gesprochen. Und von einer riesigen Sandalari-Flotte. Unmöglich! Das ist einer von Sylvanas Tricks. Ganz sicher! Wenn die Horde sich mit den Sandalari verbündet, haben wir nicht die Macht, sie zu stoppen. Vielleicht könnt ihr uns zeigen, was dieser Überlebende gesehen hat. Ein einfacher Zauber, solange der Betroffene kooperiert. Wenn die Horde sich mit den Sandalari verbündet, haben wir nicht die Macht, sie zu stoppen. Dann müssen wir uns selbst Verbündete suchen. Mein Volk verfügt über die mächtigste Seestreitmacht in ganz Azeroth. Wenn die Horde sich mit den Sandalari verbündet, haben wir nicht die Macht, sie zu stoppen. Wenn die Horde sich mit den Sandalari verbündet, haben wir nicht die Macht, sie zu stoppen.